25. Juli Demut sollte regieren. Sinnet nicht auf hohe Dinge. Römer 12, Vers 16 Eingebildete und selbstsüchtige Christen stellen einen gewaltigen Widerspruch dar. Wer Christus nachfolgt, muss sich dem Willen Gottes, wie er in der Schrift offenbart ist, unterordnen. 26. Jegliches Vertrauen in dich selbst, deine Weisheit und deine natürlichen Fähigkeiten müssen den Geboten Gottes untergeordnet werden. 27. Du sollst auf gar keinen Fall eingebildet sein oder meinen, du seist etwas Besseres als deine Mitchristen. 28. Gott möchte vielmehr, dass du jedes Glied am Leib Christi akzeptierst und wertschätzt. 29. Ein jeder nicht auf das Seine gesehnt, sondern ein jeder auf das des Anderen. 29. Philippa 2, Vers 4 30. Geortasuνα